Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder Terminator Resistance auf der Playstation 4 Pro und wir müssen nach Pasadena. Skynet begann mit dem Bau der Angriffeinrichtung in Pasadena, nachdem die Vernichtungslinie eingetroffen war. Wenn wir sie aufhalten wollen, muss ich Fotos von diesen Bauten machen. Das ist die einzige Möglichkeit, um uns auf die Ankunft der Linie vorzubereiten. Okay. So, ich bin ja letztes Mal bis hierher gekommen. Hab mich jetzt hier ausgeruht. Kann da noch ein bisschen was mitnehmen. So, Werkzeug kann ich, glaube ich, momentan nix bauen. So, wir schauen noch auf der Karte. Ich bin momentan dort. Kreide voller Überraschung. Das muss ich noch mitnehmen. Das sind alles so nebengequetscht. Und das zurück nach Pasadena. Ja, ich würde sagen, wir versuchen erstmal da hinzukommen und dann gehen wir nachher da hin. Aber hier draußen, müssen wir mal gucken, waren die blöden Flugdinger. Und ich komme gar nicht so einfach irgendwo hin. Oh, was ist denn hier? Kann ich das hacken? Ich kann's hacken. Hoffe ich. Vielleicht sogar schon beim ersten Mal. Da hinten sind die blöden Flugkörper. Ich geh mal hier weiter. Müsste aber irgendwie nach da kommen. Und hier haben wir ein bisschen größere Einheiten. Da sind eigentlich ziemlich viele. Scheiße. Ich glaube, die anderen werden jetzt auch kommen, oder was? Ich höre doch irgendeinen. Von wo kommt der? Was ist das? Da hinten ist einer. So, ich kann aber hier irgendwo durchschleichen wahrscheinlich. Hier durch den Lüftungsschacht. Die Taschenlampe ist, glaube ich, so. Jawohl. Wo bin ich jetzt? Kann hier nicht viel machen. Da habe ich irgendwas übersehen. Da ist noch was. Munition. Rucksack ist voll. Super. Haben wir denn schon, sorry, muss man gerade gucken. Haben wir denn schon irgendwie Fähigkeiten, was ich verwenden kann? Vielleicht Rucksack? Fehlt mir noch. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, bin mir erschrocken. Der geht gar nicht tot, ey. Oh, meine Güte, mein Herz. Alte Scheiße. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der war natürlich richtig krass. Oh, mein Gott. So, was ist hier für eine Kiste? Oh. Was ich die Dietriche abbreche? Oh, fast hätte ich es gehabt. Warte mal. Mann. Ich glaube, das mit den... Also, was ich noch bauen muss, ist wahrscheinlich... Okay, da fehlt mir noch Altmetall. Da kann ich speichern. Wo komme ich denn da wieder hin? Ich komme irgendwie meinem Ziel nicht näher. Da ist auch noch eine Kiste. Oh, okay. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin eigentlich gar nicht da, wo ich hin wollte. Ich bin eigentlich ganz woanders. Da ist noch irgendwie eine Mauer. Ich zeig's mir das jetzt an. Da wäre noch gut. Und dann. Ich bin eigentlich gar nicht da, wo bin ich ja. Und dann. Ich bin eigentlich gar nicht da. Und dann war ich gerade. Und dann bin ich denn da. Und dann bin ich hier. das ist nicht da oder irgendwie das muss schon da irgendwo rein sein oh fuck Das geht doch, das ist ja los. Es ist abogonix. hier genauso ein container aber schon mal aufgesprengt deswegen wissen wir das das sind alles ressourcen kann ich mir vielleicht was bauen oder verkaufen das ganze zeugs sonst noch was okay das haben wir gemacht da hinten ist irgendwie noch wie noch was verschlossen ist es die tür oder was was ist das noch hatte okay da muss noch nicht reingeschaut da soll man nicht das was was da verschlossen ist wieso schieße ich denn jetzt was 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 Ich stehe genau davor, wenn wir dann nicht die Tür hier meinen. Ja, aber die mache ich jetzt nicht auf, wollte ich mich verarschen. Da kann ich ja rumlaufen. Ah, hier liegt noch ein Brief. So, wir kommen irgendwie nicht so richtig weiter. Da noch vorne. Äh. Oh Mann, was ist denn da wieder los? Kommt der denn jetzt her? War ich hier nicht schon? Tut nicht so aus. Doch, hier war ich schon. Hab die Hälfte übersehen. Also, was ist denn jetzt am dichtesten dran? 144 Meter. Muss mal da lang. 14. 16. 17. 17. 17. 20. 21. 21. 21. 22. 23. Mein Name Kürtich hat man einen Tekunkie in hier. getroffen, super, ist das fürs Foto, was, das ist kein richtiges Fotoziel, was ist denn geeignet? Ich bin hier doch nur im Kreis rum, hier unten ist nix, oder? Okay, das hat funktioniert. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht's nach unten Ich glaub der läuft genau über uns lang Hier Ach du Scheiße So jetzt bin ich aber mein Foto immer noch nicht näher gekommen Irgendwie Muss ich hier nochmal zurück oder was Da drüben müsste ich mal Schöpferhook Die haben das hoffentlich nicht gemerkt. Das ist Qualität niedrig. Aha, vielleicht muss ich da jetzt zoomen. So, aber ich habe noch gar nicht alles gemacht hier. Okay, ich muss noch Collins Versteck. Das wäre da drüben. Okay. 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 Ich bin der Schaden. Ich habe Schaden. Ich habe Schaden. Ich habe Schaden. Ich habe Schaden. Schaden. Ich habe Schaden. Schaden. Ich habe Schaden. Aber das ist nicht die höchste Priorität. Wenn du willst, überlebt die Hauptcomputer auf dem Schaden. Das ist ein Schaden. O, das hat immer getrennt. man ist aber auch viele speicherpunkte kann ich dann noch mal was herstellen oder was wo ist denn jetzt hier sein versteck oh man super ... ... ... ... ... ... ... Das ist es. Looks like Colin was really prepared. Or maybe, huh, Aaron will appreciate that. So, how about this? Okay. Da komme ich nicht durch. Okay, da ist noch was. Da komme ich auch nicht weiter. Muss wieder runter. Haben wir jetzt dann alles versteckt gefunden? Das doch noch. Das Versteck ist noch da. Östlicher Außenposten. Gehen wir da noch hin. Ja, Herr, dann die Zeit. Du hast Du eine Nachfolge. Drei Malte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier... Vielleicht kann ich das hacken, dann komme ich da rein, übernehme die Plasma-Kanonen. Die Plasma-Kanone macht den Rest kaputt. Ach du Scheiße, was denn hier? Jetzt wird es noch schwierig hier. Oh shit. Oh, da kommt noch einer. Ach du Scheiße! Lauf! Was ist das? Das ist jetzt nicht witzig. Ach du Kacke. Ein T-47. Gesundheit. Scheiße. Ach du Kacke, hier ist noch einer. Oh fuck. Ich dachte, ich kann das übernehmen und das grad fertig machen hier, den ganzen Außenposten. Kann ich da jetzt... Ganz ruhig. Hm. Das war ja ein mörderliches Teil hier. Meine Güte. Da komme ich auch nicht hoch. Äh, jetzt laufe ich schon wieder direkt dazu. Ich versuche das hier auch mal zu hacken, vielleicht komme ich ja rein und kann das irgendwie zerstören. Oh, das scheint hier noch schwieriger zu sein. Fuck. Das ist ja fast unmöglich. Ich versuche das. Wie kann das nicht? Ja. Konzentration, eh. Der andere läuft eigentlich da hinten irgendwo lang. Jetzt dreht sich wieder nach hier, jetzt dreht sich der Turm rum. Jetzt kann ich den vielleicht hacken. Ach du Scheiße, jetzt ist da so ein riesen Balken. Das wird ja immer schwieriger. Ah, Mist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn ich die Kanonen auf meine Seite habe, dann könnte ich natürlich das große Teil töten. So, ich lock's mal her, kommt es. Oh. Fuck. Ich kann nicht die Noten. Ich kann nicht die Noten, die die Kiste. Ich kann nicht die Noten auf die Kiste. Ich drehe da langsam durch. Ich drehe da langsam durch. Jetzt habe ich mich selbst getötet, weil die blöde Bombe da hänge. Ich konnte nicht wegrennen. Scheiße. Aber der Plan wäre gut gewesen. Oh, jetzt habe ich sie alle schön gehackt und... Oh, Mist. Verdammt. Scheiße. Aber das ist schon irgendwie... Pasadena... Das macht mir ein bisschen zu schaffen hier. Ach, schade. Damit haben wir... Ich dachte, den Krieg ich jetzt tot. Okay, jetzt bin ich wieder hier oben. Schade. Okay, hier haben wir jetzt eigentlich alles aufgesammelt, nehme ich an. Das haben wir doch schon alles mitgenommen. Okay, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Da ist das Skynet örtliche Dingens da. Ich müsste noch da hin. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Vielleicht kann ich mich ja vorbeischleichen. Dann könnte ich mich eigentlich da hin verziehen. Ohne damit ich gegen den Monster kämpfen muss. Ich kann jetzt wieder was herstellen. Okay, das wäre noch ganz gut. Schalte ich die Anlage später aus. So, da haben wir ein T-800. Den könnte ich theoretisch gerade hier... In die Luft jagen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, das hat auch funktioniert. Okay, ich muss ja nicht unbedingt da oben lang, wo das... Wo das fette Monster ist. Kann ich da unten lang gehen. Vielleicht. Aber da oben ist noch so eine Plasma-Kanone. Fuck. Der andere Aussichtspunkt ist da oben. zieht mich die Plasma-Kanone. Unwahrscheinlich. Okay, jetzt speichern wir aber wieder ab. Sonst wenn ich draufgehe... So, herstellen will ich eigentlich nichts. Plasma-Kanone ist da oben. Wir nehmen das da mit. Versuchen dadurch... Irgendwie noch... Oh. Der Fette ist da hinten. Versuchen noch hier hochzukommen. Da komme ich bloß wieder runter, oder? Okay, da ist auch noch eine Kiste. Da ist überall was versteckt. Oh, jetzt wieder mit dem Dietrich hier. Ah, okay. kill 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 sie bloß noch irgendwie nach oben kommen also die treffer buch ich glaube nicht so günstig ich 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 noch da. Was wird mir jetzt hier angezeigt? Warte mal. Wie komme ich denn jetzt da hinten hin? Da ist dieses komische Außenposten. Außenposten. Scheint nicht so weit weg zu sein, aber ich weiß nicht, wie ich da am besten hinkomme. Aber da ist das Monster, oder? Oh shit. Oh, was habe ich gemacht? Komm, geh weg. Oh, da hinten ist noch so ein anderer Kunde. Ich glaube hier ist sehr ungünstig, was ich da machen will. Ich muss nachladen. Oh, ich muss mich heilen. Scheiße. Da kommt noch einer. Scheiße, was habe ich gemacht? Ich muss mich heilen. Ach. Okay. Also, ich würde sagen, wir machen erst mal heute für hier Schluss. Ich habe da voll ins Honesnest gestochen da. Da sind ja alles voll T800. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.